In der kommenden Woche wird das Wetter und die Temperaturen von der fiesen Biese bestimmt. Es wird Minusgrade geben und zu Beginn der Woche auch Schnee. Bra. Es gibt ein kaltes Erwachen in der Schweiz. Die Tiefstwerte lagen bereits in der Nacht bei minus einem Grad und tagsüber kommt die fiese Biese hinzu. Wie SOF Meteo berichtet, gibt es im Norden minus zwei Grad, doch mit der Biese sind diese Temperaturen gefühlt kälter. Der Montag beginnt im Flachland bewölkt. Bis am Vormittag fällt zeitweise noch Schnee. Anschließend fallen vor allem weiter am Jura Nordfuß und den zentralen und östlichen Voralpenflocken. Am meisten Schnee gibt es im Flachland laut SRF Meteo im Osten und in der Nähe der Voralpen. Am wenigsten im westlichen Mittelland. Auf den Straßen ist wegen dem Wetter Vorsicht geboten, auch in den tiefsten Lagen sind winterliche Straßenverhältnisse möglich. Der Dienstag wird teils bewölkt, teils sonnig. Auf der Alpen-Nordseite liegen stellenweise Hochnebelfelder, im Westen ziehen laut Prognosedichte Wolken vorüber. Deshalb ist dort auch etwas Schneefall möglich. In den zentralen und östlichen Alpen sowie am Nordrand scheint hingegen zeitweise die Sonne. Am Mittwoch ist es abgesehen von Hochnebelfeldern im Norden recht sonnig. In den Alpen hingegen ziehen hohe Wolkenfelder vorüber. Die Temperaturen liegen bei minus drei bis plus einen Grad. Auch die Biese macht sich wieder bemerkbar, schwach bis mäßig. Die Schweiz liegt diese Woche zwischen einem Tief über dem Mittelmeer und einem Hoch über den Zentrum über Skandinavien. Während das Tief den ersten Teil der Woche bestimmt, folgt ab dem zweiten Wochenteil das Hoch. Von Donnerstag bis Samstag scheint deshalb häufig die Sonne. Auf der Alpen-Nordseite liegen zum Teil Hochnebelfelder, speziell in den Voralpen. Am Donnerstag hat es in den Alpen und im Süden noch etwas mehr Wolken. Am Sonntag dreht sich dann der Wind auf West und das Wetter stellt um. Es bleibt aber laut Prognose voraussichtlich trocken. Die Biese hält sich zunächst hartnäckig, lässt aber aufs Wochenende hin nach.